Aber du wirst halt verkacken, Bro. Du hast noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl für. Ich bin sehr fingerfertig bei so einem Spiel. Obwohl man sagen muss, ich bin auch nicht supergut. Das ist Kevin's Mascher. Er sucht sich immer Leute, mit denen er noch nie gespielt hat und dann... Ja, um so diese Euphorie zu spüren, check ich. Wir könnten auch ein episches 3 gegen 3 machen. Das Ding ist, der Team-Modus ist halt übelst geil, weil der Durchschnitt wird gebildet von den ganzen Schlägen. Das ist ziemlich dope eigentlich. Da könnten wir halt von jedem Channel einen Mod nehmen und gegen den spielen. Alright, dann findet ihr jetzt eine Lösung und ich hol mir was zu trinken. Und dann wissen wir, was wir dann machen. Darf ich was für dir lieber? Boah, gute Frage. Also meinetwegen können wir auch einfach rein und jeder gegen jeden. Ohne groß Hackmack, ohne groß Pipapo, jala rein. Ich glaube halt 3 gegen 3 ist der bessere Content. Die Team-Dinger sind so geil. Okay, ja, können wir auch. Wir können auch Mod von jedem Channel, wenn wir das organisiert kriegen. Ja, lass machen. Lass machen, kribbel hin, kribbel hin. So, Moritz, wer hat Bock? Würfel's aus. Wenn ihr Game nicht habt, Zabix, kauft euch das. Auf keinen Fall wird nicht passieren, nein. Basti, kriegst du es auch hin mit einem Mod? Hast du auch einen? Lea kommt. Yo, wer ist Lina? Ist es von uns jemand? Weißen? Ne, will ich nie. Ist es von dir, Basti? Achso, ich habe Lina verstanden. Ja, Lina ist mein Mod. Lea ist von mir. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Ich habe Lina wegen so verstanden. Easy, easy, easy. Einführer. Alright, also. Wie machen wir es? Wenn die gewinnen, dann schulden wir jedem von denen 20 Euro. Wenn wir gewinnen, dann werden alle entmodelt. Perfekt, finde ich top. Ja, perfekt. Finde ich top. Und das ist jetzt einfach nur... Wait, wir schulden den 20 Euro. Ja, wenn die gewinnen. Wenn die gewinnen. Okay, und wenn wir gewinnen, werden die entmodelt. Können wir nicht machen, wenn die gewinnen, schulden die uns 20 Euro und wenn wir gewinnen, werden die entmodelt. Ganz kurz, es ist auf jeden Fall auch mit Kollision, ja? Ja, genau. Oh, hab ich die Kollision angemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es mit, vielleicht ist es ohne. Bro, ich sehe cool aus. Bist du dieser grüne Buttplugger? Ne, das ist Kevin. Ich bin der Zombrero. Ich muss also wieder reinkommen. Ich bin noch nicht warm. Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Bin ich der mit der Taucherbrille? Oh. Oh, ja. Oh, aha. So mache ich. Feuer frei. Oh, Bruder, bitte. Okay. Okay, ich habe es in drei geschafft. Wie sieht es für euch aus? Ja, ich brauche einen vierer. Also wir checken, wie es funktioniert. Es wird der Durchschnitt aus uns reingenommen und dann wird abgerundet. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn man zu zweit spielt, einer hat zwei, einer hat drei. Dann hat man am Ende zwei Schläge. Oh, ich bin über das Loch geflutscht. Ich muss doch hier... Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Geh außen rum. Geh außen rum. Auf safe. Immer safe spielen. Oberwolf, ich danke dir. Sag mal danke dir. Schön, schön. Der war stabil. So, jetzt hier mit einem... Ich weiß ja nicht, wie viel ich da mache. Nicht zu doll, nicht zu doll. So einen halben Balken oder so. Einen halben Balken, ja? Nein, nicht halb. Weniger. Ein Viertel, ich mache ein Viertel, ja? Ja. Und zack. Schönes Ding. Schön in Nummer. Green eingeloggt. Okay, jetzt wird Durchschnitt berechnet und wir haben einen Punkt weniger. Let's go. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir sind in Führung. Okay, hier, passt auf. Hear me out. Ihr macht drei und links an die Seite. Ungefähr so. Drei und links an die Seite. Danke, Papa Platte. Verdammt, man. Du bist echt ein guter Golfer, Alter. Die Map haben wir früher wenig gespielt. Aber Hole in One von Basti. Oh mein Gott. Ich carry unser Arsch in den Hörer. Oh mein Gott, Kevin. Das war so ein geisteskranker Call. Bist du irgendwie ein E-Sportler oder sowas? Der Golf, Junge? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie viele Spielstunden hast du in Golfit, Bro? Äh, ich glaube 23. Wirklich? Das ist hart. Du hast einen ganzen Tag dieses Game gespielt. Oh, Lea Trollt. Lea Trollt. Lea Trollt hart. Lea Trollt hart. Lea ist der Anker. Oh, oh. Lea Trollt. Oh Mann. Anlaki muss mir danach leider einen neuen Mod suchen. Ne, Lea ist von Basti, oder? Summix kennt seine Mods nicht. Dicker, Bro. Ne, aber die werden ja alle entmoddet dann. Ja, klar, danke dir. Ja, gut, stimmt. Haben wir gerettet. Alright, easy. Das ist ein easy W. Das ist ein easy W. Jetzt hast du's gejinxed vielleicht. Okay. Oh, jetzt hier einfach auch an der rechten Seite so lange ziehen, oder? Einfach dollern. Oh, habt ihr einfach... Oh, tschüss, okay. Alladen an die Seite. Denkt rein, die können andere Leute auch wegstoßen, ne? Sind Collision safe-call an? Ich hab's noch nicht... Ja, ich hab mich fast eingecremt. Das war so ein knappes Ding. Ich hätte den fast mit einem Einser eingelocht. Hey, was war... Wer hat das gemacht mit mir? Ja, Agri war das der Hund. Ey, wie kann man so scheiße das Spiel spielen, ne? Aber ist nicht schlimm. Wir haben nichts verloren, und er hat zwei Schläge verloren, glaub ich, dadurch. Er geht nur auf aggressiv. Oh mein Gott, let's go! Souverän, Kevin. Zwei Schläge. Bitte. Mann, das ist doch nicht im Rahmen des möglichen. Schön! Schönes Ding. Zack, rein ins Schlauch. Ich glaub, Lina hat dadurch einen Schlag mehr gewastet. Die ist ja blöd. Das ist ja geil. Okay, wir haben ausgeglichen. Nee, ja, ja, wir sind vier Punkte vorne. Okay. Also vier Löcher weniger. Okay, hier so drei und ein bisschen. Digga, mich hat irgendwie weggestoßen. Junge, ist das krass. Digga, Lina hat mich weggestoßen. Ja, wenn man direkt am Anfang schon... Oder mit drei, ich bin ja über den Hügel geflutscht. Oh Mann. Okay, danke für Info. Das mach ich dann mit einem 2,25. Ey, gleich raste ich richtig aus, ne? Gleich knallt's hier. Was? Was? Bro, das ist so gottlos. Das ist so gottlos. Ich war oben und Lina hat mich wieder runtergeworfen. Kevin, ich komm nicht auf diesen üppigen Hügel, ne? Ja, das ist eine schwere Map. Ich bin drin. Keine Sorge, Jungs. Einfach Ruhe bewahren. Ey, jetzt ist dieser Lachsmiley hier vor mir. Wer ist Ditte? Ähm. Hast du ein Problem, oder was? Ey, du hast ein cooler Sombrero. Ihr stoßt euch gegenseitig weg. Basti, mach so zwei. Boah, sehr klingel. Kann er. Birdie. Zabix, du auch so zwei und ein bisschen, würde ich sagen. Von da ist eineinhalb. 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 Ich glaube, es ist zu viel, Bro. Ey, wenn der Ball nicht gleich aufhört nach hinten zu rollen, dann schlage ich mir was kurz und klein. Was ist das? Ich kann nicht machen. Ey, jetzt ist meine Kamera ver... Wir holen die Grüße an Zabix Freundin Julia. Ich bin die gerade in Ruhe im Nebenzimmer schläfst. Ich meine, fünf Schläge ist noch nicht so super viel. Ey, mein lieber Herr Gesangsverein. Nein, nein, nein. Rito, du darfst nicht vergessen, du spielst zum ersten Mal auch. Ja, dafür mach ich's echt, Closide. Äh, solide. Closide. Was hab ich gesagt? Pass drauf, wir müssen hier so drei und links in die Mitte quasi. Also ungefähr so. Drei links in die Mitte. Danke dir, Kevin. Vier, vier, vier. Vier, vier, vier. Vier, nochmal. Oh, tschüss, okay. Vier und links an die Seite. Boah, ich mach's in zwei. Boah, Kevin, der Call war geisteskrank gut aber. Das war krass. Der Jorbrero schiebt mich sehr gut, Basti. Ja. Oh mein Gott, ich lösche mich. Ja, Leute, das ist... Ich mach einfach mal einen guten anderthalb. Boah. Man muss ja nicht immer gleich zu viel... Warte mal, wo gehst du hin? Ich dachte, ich muss hier lang. Nein, du musst rüber auf die andere Seite zu der Fahne. Ach so, ja, aber... Du gehst zurück zum Anfang. Guck mal jetzt. Guck mal, wo ich mache. Guck mal, wo ich mache. Ja, ich guck. Ihr müsst da rüber, genau. Du gehst jetzt wieder zurück. Ich dachte, du musst an die andere Seite von der Web. Nee, nee, also... Da waren wir ja gerade davor. Wait, Achi ist disconnected? Typisch, Kevin-Mods. Nein, ich hatte DC. Aber du bist wieder da? Ey, es kann sein, dass es ein Rematch gibt, Leute. Wow. Oh, ja, ey. Aber ist gut, weil es war Warm-Up dann. Sorry, ist mal wieder eine Papaplatte Mod gewesen. Klassiker. Aber es waren mit dir alle das Gamecheck. Ja, ich hab ehrlich gesagt... Ja, war gute Aufwärmrunde. Ja, Rematch, Rematch. Ey, wir zocken mal Chillin in the Woods. Die Map habe ich auch noch nie in meinem Leben gespielt. Let's go. Da ist jeder neu drauf. Wie ist noch damals diese Trouble in Mineville-Map? Auch irgendwas in the Woods. Kennt ihr die noch? Ja, ja, ja. Kennt ihr noch Trouble in Mineville, wo man so Karma farmen konnte? Normal. Ja, wir hatten letztens mal gesprochen, ob wir Trouble in Mineville mal wieder spielen. Boah, das wäre so hart. Das wäre so geil. Aber ich fand das übelst kacke damals. Aber alle haben gesagt, das ist übelst geil gewesen. Ey, das war so krass. Ich war so krass da drin, Bro. Und dann, bevor die Server aber alle so zusammengewürfelt wurden zu Hive, wo das noch so einzelne Server waren, das war richtig geil. Okay, jetzt könnte ich mit C rumfliegen, ne? So am besten da rüberjumpen. Ich bin so ein Loser, das ist krass. Da drüberjumpen, Kevin. Boah, das geht, glaube ich, nur mit dem richtigen Speed. Das ist dumm. Das ist wasted. Okay, Vaterkacke, mach mal eine Ansage hier. Wie machen wir das? Ja, geh einfach auf safe. Fahr links vorbei mit so zwei Speed, wenn du das richtig machst, solltest du reinkommen. Und da hast du fertig gemacht. Ah, hab's richtig gemacht. Schaftige Nummer. Ja, das ist fein. Was hast du jetzt mit zwei geschafft? Ähm, drei leider. Nee, zwei, 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 zwei. Okay, das ist geil, dann war mein Fail nämlich egal. Dann haben wir nämlich trotzdem zwei. Geil, gute Arbeit, Männer. Sehr wichtig. Ja, war saftig, ne? War gut. Sehr guter Start. Okay. Ja, das ist ein simpler. Da gibt's nichts zu wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Buddha. Holy shit. Holy shit. Aber ich glaube, hier wird keiner groß... Also hier, glaube ich, macht man keine Punkte groß gut. Ja, nee, glaube ich auch nicht, weil wenn ihr beide zwei habt, also dass ich in eins geschafft habe, bringt uns, glaube ich, gar nichts, weil ihr habt beide zwei geschafft. Ja. Wenn wir trotzdem zwei haben, denke ich. Ja, ja, ja. Nein, nicht. Oh mein Gott, okay, es reicht, wenn einer eins hat. Okay, das ist gut zu wissen, weil der Durchschnitt ja dann trotzdem unter zwei ist und dann kriegt man das Niedriges und wird immer abgerundet. Geil. Oh mein Gott. Ich bin out of map geflutscht. Oh mein Gott, ich auch. Wie viel Speed macht ihr? Drei oder zwei ist zu viel, würde ich sagen. Oh ja. Oh, ich hab Leer einmal gestoßen. War okay. Geht besser, geht schlechter. Nice, ich bin drin. Ich bin mit dreien drin. Ja, ich muss jetzt klatschen. Boah, jetzt da drüber hüpfen und direkt rein, Basti, wir ist satisfying. Äh. Oh, schade. Knapp daneben ist auch vorbei, aber echt starker Versuch. Ich war nicht schlimm. Leer hat vier. Fünf, fünf, fünf. Lass die Zeit. Denk dran. Ja. Du musst warten, bis sie weg ist. Danke dir. Leer hat ein paar Probleme mit der Map, Basti. Einfach warten. Erst wenn Leer weg ist. Oh mein Gott. Warte noch, Leer ist doch da. Oh mein Gott, das ist verrückt. Leer ist doch da. Ich weiß, ich verstehe, Leer, das Spiel, dass sie in das Loch muss. Oh mein Gott, das ist krass. Oh, oh. Oh, jetzt kannst du Basti, wenn du willst. Oh mein Gott, hat sie gerade einen kleinen Schlag gemacht? Das war ein kleiner Schlag, den sie gemacht hat. Schön, saftiges Ding, Basti. Ja, nicht zu locker. Schön mit Schmackes. Okay, aber das hat gar nicht so viel gebracht. Mein Versuch ist crazy. Ja, aber es macht gar keinen Unterschied. Real Talk, es macht gar nicht so viel aus. Crazy. Oh, wie viel macht ihr hier so? Drei und dann erstmal nur schön ablegen. Ah, nee, das ist ein... Oh, ich hab nicht geguckt. Oh, ah, wohin? Oh, warte, ich muss mal ganz kurz free cammen. Oh, das war... Hier, acht. Das war, glaube ich, clever. Das ist ja eine üppige Map. War das smart, was du gemacht hast, Basti? Ja, dann bist du halt so ein bisschen auf die Spalte. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ach, komm, komm, komm. Oh mein Gott, ich hab irgendwie geblockt. Oh mein Gott, ich hab Arky irgendwie berührt. Oh mein Gott, wenn ich jetzt reinkomme, wäre das so krass. Ja, eine solide 4 ist okay. Boah, schade. Ist so ein bisschen außer mir drin? Ja. Boah, ich muss die Musik muten. Ist doch schön. Ist doch schön zum Entspannen. Leg die Füße hoch. Sei einfach mal Mensch. Ich kann meine Füße nicht auf meinen Tisch legen. Du kannst schon. Wollen nicht. Hast du deine Füße schon mal gezeigt on-stream? Ja, aber mit Socken. Ja, okay. Ich hab mal mit Fahrradpedalen Minecraft durchgespüren. Würdest du es theoretisch, ernst gemeine Frage, hinkriegen, mit Füßen und einer Maus Minecraft durchzuspielen, dass du quasi mit dem rechten Fuß die Maus greifst wie so ein kleiner Affe und links einfach die Tastatur hast und damit spielst mit deinen Fingern. Würdest du das hinkriegen? Ja, was für das Agri. Würde nur sehr lange dauern. Ist das jetzt so ein persönliches Interesse, oder? Ach so. Nee, einfach. Es geht mir da eher um den e-sportlichen Aspekt. Ach so. Bei der ganzen Nummer hier. Wichtig für die Challenge wäre, aber, dass du keine Socken trägst und weiß lagierte Zehnegen hast. Digger. Okay, nice. Schön. Wir haben alle zwei, ne? Wir haben alle zwei. Okay, sehr, 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 sehr. Wir haben einen richtig guten Start bis jetzt. Noch nie über drei. Geil. Okay. Mach mal voll Karacho jetzt. Oh, der war solide. Der war... Alter, mit sechs Leuten ist halt hier so voll Karambolage, ne? Oh mein Gott, das... Oh! Das war so knapp. Ich bin der Erste. Nicht mich weghauen. Schönes Ding. Kommen wir alle mit drei rein? Das wäre geil. Ja, ja. Das war eine starke Nummer. Ey, sag solide. First time. Golf it blind. Stark. Also, um genau zu sein, ist das Golf with your friends. Wow, Archie mit sechs. Wie cringe. What the fuck? Wie hat man sechs hierfür gebraucht? Okay, wir haben wieder einen Punkt gut gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Starke Nummer. Stark. Muss ich... Muss man hier am besten? Ich glaube, es wird die Mitte. Ins letzte Loch müssen wir. Oh, krass. Okay. Wie viel habt ihr gemacht? Ich mach mal... Oh, schade. Zweieinhalb mach ich. Ich hab drei gemacht, das war zu wenig. War über wenig. Ey, ihr glaubt's mir nicht. Du hast es geschafft, oder? Nein! Wie kann das? Ein Millimeter! Oh mein Gott. Dicker. All right. Archie, wohin? What the fuck? Nee. Ah, okay. Oh, ist das unlucky, Chad. Ich hab drei gebraucht. Du hast zwei gebraucht, Zabix? Ja, ähm. Ey, hast du gesehen, wie ich auf der Kante lag, bro? Basti, wenn du drei schaffst, wäre krass. Oh mein Gott, so ein nicer try, schade. Ich versuch doch alles, was ich kann. Naja, wir haben jetzt zwei, drei und vier dann, wenn du reinkommst. Oh nein. Der Schleff-Sombrero zu breit fürs Loch ist. Oh nein. Wir sollten trotzdem vier haben, glaub ich. Ja. Nee, wir haben drei sogar. Äh, drei mein ich haben. Ich mein drei. Ist es taktisch smart, wenn man vor dem Loch liegt, zu warten, bis einer einen da reinstopft? Ja, 100 pro. 100 pro. Ehrlich, ja? Okay. Boah, ich glaube, hier ist es... Die Kurve zu nehmen, oder? Es ist auch übel smart. Oh mein Gott, ich bin so krass. Ähm, da kann man manchmal einen Homie reinstoßen. Nimmst du die Kurve, Basti? Ja, aber war jetzt nicht so super gut, aber ein drei. Ey, solide. Das ist, glaub ich, mein Game. Ey, dieses Loch ist so vollgestopft einfach. Da ist so viel drin, ne? Du hast mir einen voll coolen Kopf. Lea ist ein bisschen angespannt, ne? So ein bisschen auch... Ja, die ist ein bisschen nervös. Ist ja auch großer Druck hier. Verstehe ich. Okay, da einfach wahrscheinlich die Rotorblätter abpassen, ne? Wow. Ja, ist links oder rechts besser? Links, ne? Mal rechts durch. Nee, links ist besser, links ist besser. Echt? Oh mein Gott, Aki. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Adi, ist nicht hängen geblieben. Ich dachte, ihr bleibt hängen. Jungs, ich habe keine gute Runde. Ich auch nicht. Schön. Schön, sehr gut. Ah, ja. Ja, ich habe stark angefangen und aber auch extrem stark nachgelassen, leider. Ich habe es mit drei gemacht. Ihr? Ja, ich mache es mit stabilen Sechs. Warst du das, Basti? Ja. Weck and bounce. Mit sieben, boah. Schön ist was anderes. Und jetzt in eins, Bruder. Jetzt in eins, Basti. Komm. Leicht die Zusammenkeule. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Boah. Ja. Ja, der Plan. Das war meiner. Wir haben ein bisschen Punkte verloren. Das war meiner. Aber es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Wir sind immer noch fünf vorne. Oh. Was? Das war perfekt. Nein. Oh mein Gott, hat Archi dich weggestoßen, Basti? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh, ich bin ja blöde. Ach, wie dumm, ach, wie dumm, ach, wie dumm. Digga, Zarek, du bist so ein Fisch. Das war doch keine Absicht, Mensch. Oh mein Gott. Du bist mir in den Weg gerollt. Ist das krass. Du bist mir in den Weg reingerollt. Ist das krass. Wie kann man so scheiße sein? Bro, ich carry unser Team hier gerade. Digga, ist das krass. Basti, du bist aber auch nicht so ganz, ne? Bitte, ich bin schon seit zwei Minuten drin. Ja, es geht ja nicht um schnell. Wir liegen hinten leider. Es geht ja darum, wie viele. Okay, dann lass mich doch mal richtig machen. Ist auch ein bisschen spät. Ich habe hier eine ausgelaugte Minecraft-Channel mit dir gespielt. Wir können auch keine richtigen Calls mehr und so. Vor allem noch so, ja, mach drei. Ja, hat er recht. Ja, Leute, weil ich die Map doch nicht kenne. Ja, Bro, du hast 22 Stunden in dem Game. Du hast ein viel besseres Gefühl als wir. Hopp. Okay, ja gut. Ich kann mich gerne Calls machen. Wir können uns gerne mehr absprechen. Ne, ich mache jetzt ein Drei. Und bin dann ruhig. Okay, ich habe auch ein Drei gemacht. Zarek, schaffst du auch ein Drei? Hab mir doch schon lange. Ja, mach ein Vier. Sorry. Ist nicht schlimm. Vier ist auch okay, Basti. Mach ein Vier. Selbst Fünf wäre, glaube ich, okay. Wenn du Fünf hast, glauben wir trotzdem, glaube ich, noch Drei insgesamt. Ah, es klappt dann eben vorbei. Ja, ich mache ein Fünf. Ein Fünf, alles gut. Weil wir haben jetzt Drei, Drei und Fünf. Das sollte insgesamt Elf sein. Und Elf durch Drei sollte Drei sein. Jo. Ich verstehe das Wertungssystem nicht. Also, wer die Runde einfach weniger Punkte macht, mit weniger Versuchen, oder was? Ja, genau. Wer die wenigsten Löcher hat, hat gewonnen. Check ich. Mal ein Call gegen, wieviel? Einfach volle Power. Ich sag so dreieinhalb. Ja, mach drei am besten. Dreieinhalb war's. Dreieinhalb? Dreieinhalb war der Play. Moin. Oh ja, guter Call. Oh mein Gott. Mensch, Kevin, jetzt langsam fackt's ab. Ich schwöre, was willst du denn von mir? Die Bahn ist so groß, Bruder. Du klebst mir am Arsch. Was willst du von mir? Ach, Digga, ich fickt euch alle. Wir sind sauber. Wir haben verloren, oder? Ja, weil du auch grummel spielst. Zwei? Ja. Schön. In drei. Das ist nicht dein Ernst. Mensch, warte jetzt. Jetzt mal Babaplatte. Mal irgendwie auch zusammenreißen. Ich warte, bis Lea mich reinstößt. Tja, das mit X, ne? Ab fünf ist solide. Hm. Du bist aber auch nicht so ganz da, Kevin, ne? Ja, wir sind trotzdem vorne. Das ist easy. Zabix, du bist ganz schön ein krasses Geo-Ass auch, oder? Äh, ich hab mich verbessert. Ich kann alle sieben Kontinente mittlerweile auswendig. Willst du sie hören? Warte mal, die Kontinente nennen oder alle Länder? Ich kann alle Kontinente nennen mittlerweile, alle sieben, pass auf. Welcher Kontinent hat die meisten Länder? Wer kann das? Ähm, Nordamerika. Also, bro, was? Was? Du glaubst, dass Nordamerika mehr Länder hat als welcher Kontinent? Ich hab gedacht, Asien. Asien. Falsch. Australien. Ich hätte gesagt Afrika. Aber ich mein, das ist auch ziemlich easy. Ja, Afrika wäre mein nächster Guest gewesen. Wow. Der vierte Guest von den vier. Ja, bro. Also. Nenn mir alle Nachbarländer von Deutschland. Boah, das hab ich geübt. Pass auf. Dänemark. Seitenfällen ist der Flagge. Niederlande. Niederlande. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. 18 zu 35. Was heißt das? Welchem Seitenfälle ist die Flagge? Och Mensch, mit Flaggen hab ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt. Ich hab letztes Bundesländer-Quiz gemacht. Ich hab letztes Bundesländer-Quiz mit fast null Fehlern gemacht. Ich hatte nur zwei Fehler. Wer hat mich berührt? Ey, Kevin, du fuckst mich. Langsam fuckst du mich ehrlich ab. Ich reiß mich hier wirklich zusammen. Ich bin family-friendly. Hör mir mal kurz zu. Hör mir mal einmal 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 zu. Ich reiß mich hier wirklich zusammen, family-friendly zu sein. Ja, ich hab mein Maul. Ich spiel ja mein Spiel, aber langsam fuck ab. Oder? Digga, das ist so dreist, wirklich. Das ist jetzt das achte Mal in Folge, dass du in meine Kugel reinfliegst. Wer hat mich geschubst? Ey, aber du hast ein Zwei. Wir haben insgesamt ein Zwei. Ich hab ein Zwei. Ich hab ein Zwei. Wir haben uns gegenseitig gefickt. Dänemark, Niederlande, weiter. Dänemark, Niederlande, Polen, Tschechien. Tschechien. Was ist das für eine Reihenfolge? Italien. Ist Italien richtig? Nein. Dazwischen ist noch irgendeine... Nein, warte. Luxemburg. Digga, das... Oh man. Bro, also ja... Nein, nein, nein. Österreich, Österreich, Österreich. Wie viele hab ich? Willst du nicht einfach mal in der Reihe... Geh mal im Uhrzeigersinn. Wir gehen im Uhrzeigersinn von Dänemark. Ich fang oben an, Dänemark. Ich geh gegen den Uhrzeigersinn. Dänemark, Niederlande. Ja. Tschechien. Alter, das ist verrückt. Ach ey, sorry, my bad. Belgien hat mich versprochen. Achso, ja. Belgien. Ähm... Egal, was der fuck. Genau, nach Belgien, das ist dann ja da unter, kommt ähm... Weiteres kleines Land? Frankreich. Ne, doch dazwischen. Achso, ähm... Luxemburg, meine ich. Hatte ich ja eben gesagt. Ja. Dann kommt Frankreich. Dann kommt... Digga, fick mich. Lichtenstein. Nein, Lichtenstein grenzt nicht an Deutschland. Bruder, was? Was? Lichtenstein? Okay, aber Lichtenstein ist kein... Ach, die Stadt. Schweiz, Schweiz, Schweiz. Lichtenstein ist kein falscher Call. Also es liegt aber zwischen Schweiz und Österreich. Und hat keine direkte Grenze an Deutschland. Ja, das Ding ist, Kevin unterscheidet immer nur in Schwad und weiß, aber für mich war das irgendwie... Das Ding ist halt trotzdem falsch. Auch mal grau. Ja, auf dem Papier. Auf dem Papier ist das erstmal falsch. Ne, aber also Lichtenstein... Also über Lichtenstein darf man nicht lachen. Österreich. Österreich ist noch da. Ja, und dann gibt's noch... Die, ähm... Boah, mein... Kann man hier rechts nehmen, ne? Genau, die Schweiz. Ist da auch noch irgendwo. Hast du ja auch schon gesagt, oder? Ach, hatte ich schon gesagt. Dann, ähm... Polen. Polen ist noch da. Und noch eins? Ähm... Als ob du es schon gesagt hast, aber du hast es auf jeden Fall mal erwähnt. Aber jetzt in der einen Folge nur. Scheiße. Kommt eigentlich vor Polen. Tschechien jetzt. Richtig. Ja, das war doch ganz solide. Ja, das, ähm... Dann haben wir noch die sieben Kontinente. Ozeanien, Asien, Afrika, Antarktis, Nordamerika, Südamerika und, äh, Afrika. Digga, Bro pullt mit dritter Klasse Wissen ab, Alter. Und macht einen auf, ist krass. Und Deutschland hat 16 Bundesländer. Stark, zieht man da alle auf? Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, das Saarland, Brandenburg, Berlin, Bremen, Hamburg. Das macht mich so fällig, wie durcheinander du das sagst, ne? Ähm... Ich will erst mal alle... Mensch, dieser Faschisse, der Baumstamm. Ich versuch gerade erst mal alle zusammen zu kriegen. Mh... Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, ne? Gibt's da auch noch irgendwo auf der Map. Bayern, auch wenn das für mich Ausland ist. Bayern ist für mich Ausland, aber gehört ja offiziell dazu. Kann es sein, dass du einfach den Chat liest? Achso, ne, den hab ich ausgerufen. Ja, komm, scheiße. Ehrlich ist der Chat, Bro. Das kommt so verzögert alles. Was? Ich muss erst mal überlegen, Bro. Ich hab das das letzte Mal vierte Klasse gemacht. Lass mich auch kurz nachdenken. Thüringen. Ähm... Hauptstadt Tschechien, Tschechien, schnell. Drei Sekunden. Mallorca ja auch irgendwo offiziell ja eigentlich nicht, aber... Sag noch mal, sag noch mal, sag noch mal. Hauptstadt Tschechien. Drei Sekunden. Äh, Prag. Mann, Junge, Alter, so ne Scheiße. Was denn? Ich, du. Achso. War richtig, ne? Ja. Okay, siehst du mal. Boah, jetzt bin ich nicht konzentriert, weil ich mich die ganze Zeit auf dieses Länderquiz hier konzentriere. Hast du das Video ganz geguckt, Basti? Um ehrlich zu sein, ich hab's gar nicht geguckt, hab mir den Kommentar geschrieben. Was für ein Video? Okay, okay. Fair enough. Alles gut. Was habt ihr für ein Video gemacht? Mann, Zab, ich hab ein bisschen hoffen Scheiße. Mann, Bruder, du bist doch auch hier in der Ecke. Was machst du da? Ich hab ein Länderquiz gemacht. Ein Weltländerquiz. Und er hatte einen interessanten Titel. Was war der Titel? Das Video hieß... Hoffentlich ist die Basti, der geht dieses Video nicht. Er hat's nicht gesehen, er hat's kommentiert. Das wird mir nur vorgeschlagen. Ich hab's gedacht, ich schreib mal auf Funny einen Kommentar. Bro, Basti, aber ich muss wissen von dir, warum... Nein! Also, warum bist du so krass mit diesen Flaggen? Hast du es dir einfach... Irgendwann bist du aufgewacht, hast es dir zur Lebensaufgabe gemacht? Ey, ich lerne jetzt diese Flaggen und ich werde damit finessen. Mann, Alter, leer, what the fuck? Als Kind einfach. Das hat mich als Kind voll interessiert. Flaggen ändern sich nicht so oft und ich kann mir Sachen gut merken. Boah, ich find das so krass. For real, for real, ich find das so crazy. Basti hat so ein Kinderbuch bei sich rumliegen, wo man so die Flaggen wie so ein Puzzleteil in das Buch reinlegen kann. Es fag mich so ab, Digga. Ich wünsch, das wäre nicht... Digga, das kennst du? Ja, ich kenn auch deine Unterwäsche, weißt du doch. Ich kenn alles von dir. Ich hab auch in deinen Unterwäschen schon rumgewühlt. Ja, du lachst immer wieder ein bisschen darüber, aber da ist schon irgendwas dran. Während ich Scooter gehört hab, hab ich deine Unterwäsche durchwühlt. War ich der Schlechteste? Ich bin hundertprozentig der Schlechteste. Ich bin gerade auch nicht mehr so konzentriert. Ich denk jetzt an Flaggen. Ich freu mich einfach, dass ich alle Nachbarländer von Deutschland so souverän aufzählen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass... Was? Das macht gar keinen Sinn. Das macht physikalisch keinen Sinn. Wie ist es so nach oben geflogen? Was? Bevor du dir überlegst, mich zu trash-talken, während du in irgendeiner Baumkrone hängst mit deinem Golfball, konzentrier dich doch erst mal kurz aufs Gameplay. Ich bin rückwärts gegangen. Jungs, jetzt hebe ich sie richtig hoch. Ah, super. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Zwölf Schläge, Digga. Das ist crazy. Pass auf, da hinter ist eine Brücke. Boah, Junge, knapp. Da jetzt mit ein bisschen Schmack ist. Nee, keine Schmack. Wenn es halt abläuft, dann kriegen wir 14 Schläge. Junge, das war richtig knapp am Ende nochmal. Ja, quatsch. Ach, quatsch. Alright, Rematch, Rematch, Rematch. Okay, wir zocken uns jetzt Sunny's Signature. Das ist auch eine Map, die am meisten gespielt wurde. Es geht wieder um 20 Euro für die Mods und ansonsten müssen die uns einen feuchten Händedruck geben. Yeah. Okay, welches ist die richtige? Ich glaube, es ist egal, in welches Loch man geht. Dann gehe ich doch einfach nach links. Oh, Moment. Easy. Alle haben Hole in One bis jetzt, Basti. Ich habe es verkackt. Ich habe es als einziger verkackt. Bruder, Realtor, du hättest einfach nur gerade ausschießen müssen. Warum gehst du doch nach links? Weiß ich nicht. Ich dachte, es ist einfacher. Wir haben links drei. Digga, du hast drei gebraucht? Oh mein Gott. Ey, Leute. Er hatet rein. Das ist so eine große Fresse. Das ist krass. Digga, mein Team wirft schon wieder direkt. Oh, die Map kenne ich doch von früher. Das ist eine Workshop-Map. Die gibt es erst in der Woche oder so. Wie heißt es richtig, Basti? Der, die oder das gerade Kurve? Es gibt keine gerade Kurve. Korrekt. Du bist aus der Mantra. Machst du Onlyfans? Kennst du die? Ja, natürlich. Bro, mit diesen TikToks. Natürlich. Aber ich darf nicht mehr haten. Sie hat mal bei einem Charity-Stream von mir 500 Euro dagelassen. Seitdem sind wir beste Freunde. Basti. Wie säugen Schnabeltiere ihre Babys? Bro, sie legen einen Eier an, Digga. Solche Scheißwagen. Wie säugen Schnabeltiere ihre Babys, Sebastian? Ich heiße Bro nämlich nie wieder Sebastian. Oh, das war gerade cringe, Bro. Das war verrückt. Schnabeltiere sind Säugetiere. Ist das richtig? Anna hat geschrieben, die Säugetiere über das Fell. Aber ich glaube, klinge ich trotzdem. Ja. Schick mich, Dinger, wohin? Produzieren trotzdem Milch? Wo muss ich überhaupt hin? Leute, wie läuft es denn jetzt eigentlich bei euch? Nicht so geil, irgendwie, Bro. Fünf. Bro, das läuft nicht gut hier. Nee, ich heiße nicht Sebastian übrigens. Er heißt Bastian. Aber ich finde, Sebastian ist auch ein sehr schöner Name. Nee, finde ich nicht. Ich auch nicht. Okay, dann werde ich das nicht mehr sagen. Ich finde, Sebastian ist der weitaus schlechtere Name. Ey, ich schau grad immer rein, Leute. Ey, ich raste auch gleich aus. Ich komm nicht rein ins Loch. Oh Gott. Was, Digga? Oh mein Gott. Boah, okay. Solides Ding. Schön. Ja, ey, Junge. What the fuck? Ja, Leute, ich bin der Anker gerade. Mein Team wirft wieder elf, Bro, für die Map ist ganz, ganz krass. Das ist jetzt wirklich respektvoll. Was, mit was hat sich Simon Unge 2014 die Dreadlocks gewaschen? Kann man wissen, wenn man in der Szene lange drin ist. Er hat damals einen Vlog gemacht und hat sich das gekauft und hat gezeigt, wie er seine Dreadlocks wäscht. Bastian. Das Ding ist halt, dass du von den aus deinem Chat vorgeschriebenen Allgemeinwissensfragen deine erste eigene Frage jetzt bildest und das eine freaking Simon Unge 2014 Frage ist. Okay, okay, ja, die Schnabeltierfrage, oh mein Gott. Die Schnabeltierfrage gebe ich zu, weil aus dem Chat die Simon Unge Frage ist von mir, aus meiner Feder. Ja, das sag ich ja. Das ist die erste Frage von dir selber. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich hab's mit Seife. Mein Kohl ist mit Seife. Falsch, völlig falsch. Na gut, wenn's keiner weiß, löse ich auf. Ich löse auf, es war Teebaumöl. Er hat sich Teebaumöl in die Dreads gemacht. Das ist NoJuze, wenn du nicht streamen würdest, dann würdest du so bei Gute Frage, nee, bei diesem Teste dich, würdest du so diese Quizze machen, weißt du? So diese Bist du cool Quiz. Boah, nee. Da hätte ich nicht die, da hätte ich nicht die Kontenance für mich, um irgendwelche Leute so zu informieren. Ey, Junge, wer hat mich gefällt. Kevin, langsam ist crazy. Langsam ist crazy, Bro. Das ist so krass, Junge. Okay, okay, ich versuche, was ich jetzt direkt für dich auszudiskutieren. Ja. Ja, Bruder. Mach zwei. Zwei in die Mitte, zwei in die Mitte, zwei in die Mitte. Also ich bin schon fertig, ich weiß nicht, was ihr macht. Jetzt hab ich zwei in die Mitte, vertrau mir. Starkes Ding. Wie gut kennst du Simon, ungehe, for real, Bro. Okay, Männer, wir sind drei hinten, wir müssen uns jetzt langsam anstrengen. Okay, jetzt keine Fragen mehr über irgendwie, wie ernährt sich ein Kaninchen oder so, sondern jetzt kann es passieren. Gott, das schnabelt hier ihren Giftstachel. Digga, Jog. Ey, wir können mal gar nicht nach unten lang gehen, ne? Ich weiß nicht, wie smart das ist, Dau. Es wäre an der Ferse gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, das war so knapp. Boah, ich hab ein starkes Ding. Ganz, ganz starkes Ding. Hä, ich versteh's nicht. Ach so. Ja, ich hab's auch nicht verstanden, aber ich war dann da. Good up, Bro. Okay, Lea, jetzt schön ein paar Schläge wasten. Sollen wir anhalten, vorher? Oh, schön wichtig. Oh, der war richtig wichtig. Nice. Okay, geil, wir haben zwei Schläge gut gemacht. Wir sind noch ein Punkt hinten, Leute. Ja, Mann. Anstrengend. Yo, yo. Okay, hast du einen Call? Nee. Rechts an die Wand und dann, glaub ich, entweder mit richtig viel oder mit richtig wenig. Wo müssen wir denn hin? Nach links oder nach rechts? Oh, Alter. Okay, vier ist zu viel. Oh, der war geil. Okay, wie wärst du mit zweieinhalb? Wo muss man hin? Dann zu der hinten dann. Also über die Schanze dann. Ja, ja, ja. Das ist auch nicht so richtig. Okay. Basti hat drei. Ja, war kacke von mir. Bin leider einfach nur dämlich. Boah, wie hast du von hier gemacht, Basti? Wie würdest du von hier einschätzen? Ähm, über drei. Also dreieinhalb sogar. Ziemlich viel. Boah. Geiler Call. Du bist eine Legende, Junge. Ja, und dafür bin ich da. Danke, Bruder. Ich komm leider nicht hier raus. Äh, warte, Zawix, bist du gerade noch drin? Ja. Mach, mach, äh, drei und rechts an die Seite sozusagen von der Rampe. Okay. Okay, äh, okay. Okay, schön. Und jetzt wartest du, bis Lea weg ist und dann machst du dreieinhalb von da aufs Ziel. Jetzt machst du dreieinhalb aufs Ziel. Bisschen mehr als dreieinhalb fast sogar. Ja, vielleicht ein bisschen eher so drei, dreiviertel vielleicht eher. Okay, Lea ist für mich gesportlich. Ich chill kurz. Okay, okay. Drei, dreiviertel. Bitte. Calls for Unfair. Wir spielen um insgesamt 60 Euro. Was? Ich dachte, das wäre ein Witz. Nein. Schön. Okay. Boah, sieben. Junge, wie Arsch. What the fuck? Naja. Okay. Kevin, du musstest hier echt hard carrying, Bro. Ich kann es gar nicht einschätzen. Links oder rechts? Ich gehe rechts. Reifen voll Speed erst mal, ne? Ich habe zwei, ich habe zwei. Geil. Du kannst auch links gehen, du hast eigentlich die bessere Posi für links, oder? Aber mit dem Jumper ist rechts echt einfach. Wie viel von hier bis rechts, Bro? Schön, schön, Bruder. Ganz entspannt. Ich glaube, so zwei oder so habe ich gemacht. Bleib einfach cool. Schön, Bruder. Schön. War noch saftig. Sehr gut umgesetzt. Wir haben alle zwei, ne? Ja. Geil. Wundervoll, wundervoll. Wir sind vorne gerade, ne? Mit weniger Punkten. Okay, geil. Wo muss man hier hin? Oh, ich wurde geschubst. Oh, mein Gott. Okay. Ist das aber eine geile Map eigentlich? Ja, finde ich. Geht voll klar. Eine geile Map geht klar. Ja, was denn? Das ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Oh, das war ja richtig dumm, Alter. Subx, weißt du, welches Video ich von dir und Philo richtig geil fand? Ich glaube, du hast mal Feedback gegeben auf dieses, wer kommt weiter mit 50 Euro, oder was es war, ne? Ja, das habe ich schon mal gesagt. Kann das sein? Ich glaube, ich habe mal einen Clip gesehen, ja. Das müsst ihr unbedingt nochmal machen. Ja, wir haben jetzt viel Sport gemacht. Ich habe jedes Einzelne verloren. Ich musste letztes Mal mit Hexenschuss Ninja Warrior machen, bro. Was waren so die letzten, die ihr gemacht habt? Da wäre es der bessere Fußballer, Ninja Warrior. Du hast nochmal 24 Stunden in der Bahn gemacht, oder? Ja, ja, ja. Boah, Bruder, das war auch schlimmster Dreh. Ehrlich, nie wieder. Warum? War die wirklich 24 Stunden in der Bahn? Die Zugfahrt hätte so lange gedauert, aber ich habe irgendwann abgebrochen, hatte kein Bob mehr, als ich Pamela Reif Workout machen sollte. Halbe Stunde, während alle im Zug gepennt haben. Aber ich habe gesagt, nein, nicht. Boah, das ist auch echt kottlos. Ja, 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 das bot los. Ihr müsst euch vorstellen, wir mussten halt immer wieder durch dieselben Waggons. Und irgendwann, wenn wir da durchgegangen sind, wussten die Leute schon, ey, die kommen jetzt wieder, um abzufacken. So, wir wollten die Leute halt auch nicht abfacken in dem Zug. Und jedes Mal musste man dann mit so einem beschämten Blick irgendwie durchgehen. Das war auch crazy. Der macht halt so was wie, wer kommt am weitesten in so und zu viel Stunden. Ja, das war echt ganz geil, ne? Ja, ich finde es da interessant mit den verschiedenen Taktikansätzen. Aber ich fand es, ihr dürft euch nicht gegenseitig spoilern. Ja, ja. Ja, ich glaube, bei mir hat das eine Stunde Shisha-Rauchen reingechokt. Da war ich mir ein bisschen zu siegesicher. Was hast du gemacht? Ich habe eine Stunde Shisha geraucht und habe mich dabei gefilmt. Aber ich dachte, ich habe das Ding safe. Und dann habe ich irgendwie um fünf Kilometer verloren, die ich dann in der Stunde wahrscheinlich hätte zurücklegen können. Ja, wie scheiße. Habt ihr wirklich gemacht, wer kommt weiter? Ja, ja. Also wer kann mehr als Luft zurücklegen? Also mit Linie quasi? Ja, ja, genau. Mit halt 50 Euro. Und ich glaube, ich finde auch, dass ich ein Fahrrad geholt bei Ebay, Kleinanzeigen und so. Ich fand die Ideen einfach nur ganz cool. Und dann mit Fahrrad halt fahren und so. Oh, lässig. Ja, das finde ich auch geil. Jungs, ich verkacke gerade echt Trollgrad. Ich fände es auch richtig cool, wenn jemand so dieses, ähm, diese Penny-Series, die Ryan Train auf Englisch gemacht hat, wenn die jemand in Deutsch im Stream machen würde. Das wäre so ein, das wäre so ein Ronny-Berger-Projekt, finde ich. So, dass man sagt, man fängt mit einem Cent an und darf keine, also es gibt so Regeln, man darf so keine Donations annehmen von Zuschauern, man darf Sachen verkaufen, man darf Sachen traden. So was wäre aber cool. Also ich finde es so was geil, ich würde so was voll gerne selber machen, aber ich glaube, mit Stream ist es zu easy. Könntest du nicht machen. Weil ich würde ja easy jemanden finden, der mir einen Kugelschreiber tradet, der dann einen Kugelschreiber gegen fünf Euro Schein tradet, der einen fünf Euro Schein gegen zehn Euro Schein tradet. Das haben wir gemacht auf der Gamescom-Laden, das war actually funny. Also wir haben dann so halt gestreamt und wir haben dann mit so einem Stressball angefangen und haben uns nachher hochgetradet zu einem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck. Du könntest ja, Kevin, du könntest ja so eine Art, wie könnte man es fast nennen, eine Nulltour machen, dass man einfach ohne Geld. Ja, 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 genau, sowas habe ich auch überlegt. Aber das ist doch auch mega einfach. Wenn man sagt, ich muss von Berlin nach Köln oder so oder umgekehrt, dann kommt einfach jemand holt mich ab und fährt mich rüber. Das war der Joke. Ich wollte auf dieses unge Ding, was du damals gemacht hast. Achso, achso. Nein, ich habe einen, Digga. Ich habe einen Eins geschafft. Überkrank. Ich habe einen Eins geschafft. Ja, du auch? Ja, klar. Boah. Ey, in einem? Ich musste sowas nicht erwähnen. Für mich ist das, naja. Ich glaube, man kann rechts an die Bande und dann so mäßig, dass man direkt da hoch geht. Ich probiere es mal. Alter, das war knapp. Ja, ich bin auch vorbei, leider. Shit. Das wäre krass gewesen. Ich warte, bis du weg bist, ja? Wer ist denn da nach der Rechts? Lina dachte hier rechts, oh mein Gott, Lina dachte, das Rechte ist es. Sie zieht zum Falschen. Warte, welches ist es denn? Sie denkt da drüben, das Ziel ist es. Wo muss man hin? Ich verstehe es auch gerade nicht. Kevin, wo muss man hin, Bro? Hä? Man muss doch da hin, neben dem Spawn. Nein? Ja, 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 da, wo du hinguckst. Sie meinten, also sie guckt zu einem anderen. Ach, lol, jetzt raffe ich es, Bro. Sie schlägt da hin, wo wir davor waren. Ey, kann mich jemand reinstoßen? Oh, bitte, Lea. Quart, hier, irgendwer wird mich reinstoßen. Bist du des Starbacks? Ja. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Beste Mann. Junge, was ein Aim. Ja, ich habe uns ein bisschen runtergezogen, leider. Ich ankere gerade gut rein. Okay, wir haben, wir sind vier hinten. Ja, volle Pulle einfach, oder? Ja, GG. War falsch, oder was? Ja, volle Pulle war auf jeden Fall zu viel. Muss man auf diese... Was sind das für Dinger? Oh, okay, ich bin drei. Seid ihr nicht vier vorne? Ja, wir sind insgesamt am Gewinnen. Oh, Bruder, wer hat mich geschubst. Ich wurde gerade so gesaved. Wir sind vier, wir haben vier Schläge. Machst du das, Basti? Ja. Ey, bester Mann, ich küste das Herz. Ah, in drei ist okay. Okay, jetzt ist es so... Volle Präzision. Ja, gern doch. Du hast mir wirklich, wirklich... ...den Popo gesaved, Basti. Schön, ganz entspannt. Haben wir drei? Schön, 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 schön. Sehr clean, sehr clean. Okay, jetzt ruhig runterzocken. Ruhig runterzocken. Oh! Oh mein Gott, ich hätte fast so einen krassen Shortcut gemacht. Linke Bande und dann nicht so doll. Ey, Akri will abfacken, Mann. Akri, move! Digga, was ist das? Bro, ich werde hier einfach... Oh mein Gott. Ey, wie kann man so nerven, Bro, wirklich? Oh nein, das ist ne Sackgasse hier? Ja, ja, ich bin auch da. Wie, wie? Warte, was? Oh mein Gott, danke, Lina. Oh mein Gott. Lost. Wo bin ich? Oh, wie dumm. Bist du grad nach links gegangen? Nee, ich wurde dahin geschubst. Also ich war grad in der Freecam, wurde dann geschubst. Ich glaub, du schaffst es noch. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Ja, das ist crazy. Ja, das ist ehrlich crazy. Ich wurde bamboozled, leider. Okay, vier Dinger sind wir immer noch vorne. Wir halten uns aber. Ja, ja, ja. Aber das kann, das muss wirklich nichts heißen. Hä? Man, ich bin aber auch braindead, Alter. Da, wo Lina dagegen ist. Aber ein bisschen doller. Ohohohoho. Wie viel mit, wie viel mit, wie viel, bro? Ich hab Lina noch zum Spawn zurückgeschoben. Oh mein Gott. Das war so disrespectful, holy shit. Ey, bitte, bitte. Oh mein Gott, das war so knapp, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir könnten trotzdem eins haben. Ja. Ja. Da setzt man sich durch. Hast du auch eins gemacht, Basti? Ne, zwei. Digga, das war so disrespectful, was ich gemacht hab. Holy shit. In die Mitte? Ja, in die Mitte. Nein, Leute, nicht. Oh mein Gott. Oh. Ey, ich bin hier in irgendeiner Röhre, Alter. Wo muss ich hin? Da. Aha. Ah. Ah ja. Oh mein Gott, ich bin durch beide durch. Was? Warte, Bro, das war trotzdem richtig krass. Bro, what the fuck? Holy shit, da sind zwei Löcher, oder? Oh mein, wie ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hab ich? Ich bin durch beide durch. Jungs, ihr wisst nicht, was ich grad gemacht hab. Bitte kippt das. Ich hab den krassesten Shot der Golfgeschichte gemacht. Der digitalen Golfgeschichte. Du hast in eins geschlagen? Ja, bitte kippt das. Das war krank. Das war wirklich krank. Ja, das würd ich dir denn sehen wollen. Wir spielen wirklich solid gerade. Ähm, ihr müsst. Damit hab ich das wieder gut gemacht, dass Stefan Pyle. Am besten links, glaub ich, oder? Ja. Full the power. Ich hab full the power, aber dann fliegt wir zurück. Jo, zurück zum Spawnen. Moin, Kevin. Jo, GG, was geht? Na, mach immer so. Mach zweieinhalb. Jo, ich bin wieder da. Mach sogar noch ein bisschen weniger, glaub ich. Jo, bin wieder am Spawnen. Komm, 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 komm. Ja, 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 bitte. Ich carry so hart, Jungs. Macht euch gar keine Sorgen. Ich bin schon im Ziel. Ich mach mir einen Kaffee. Alles gut. Ich carry die Runde hier. Kevin, Mann. Kevin, du musst Richtung Flagge, Kevin, ja? Digga, das ist... Digga. No. Okay, alles umsonst. No fucking shot. Okay. Ah, Basti trollt. Kevin, bitte. Ich bin wegen dir hier. Digga, was machst du da oben? Basti macht eine Troll-Compilation. Okay, ist nicht schlimm. Wir dürfen jetzt nur die letzte Web nicht komplett alle versagen. Dann haben wir es. Okay, lass mal kurz Fadi mal analysieren hier. Wo müssen wir... Oh, die Map verstehe ich nicht. Ah, hier. Wir müssen da runter. Das ist crazy. Oh, das war ein sehr guter, glaube ich. Nein, bitte nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Irgendwie nach rechts. Irgendwie nach rechts. Okay, Leute haben die den Cybex-Click geschickt. Nein, 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 nein. Oh, wir liegen. Ja, schön. Oh, Bruder. Okay, das ist jetzt ein bisschen risky. Das ist krass. Digga, was? Die Scheiße hat... Die Scheiße hat... Das hat ein Model? Das ist ja... Oh, Junge. Ey, ich verzweifle gleich. Ich wirklich verzweifle gleich. Jungs, ich kriege den Ball da nicht rein. So, bam. Oh, mein Gott, let's go. Wenn du da an der Klippe schießt, langsam, Bro. Dann lieber das Momentum mitnehmen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nicht diese Klappen, das ist so meine ich nicht. Wo bist du, Cybex? Ich bin... Ich bin auf jeden Fall ein mieser Marsch. Ja, ja, mach jetzt einen langsamen, dass du so in die Mitte von diesem Dreieck da kommst, weißt du? Bounst du... Ja, oder so. GG's, I guess. Okay, pass auf, pass auf. Bounst du zu der Pyramide, zu der großen in die Mitte, die abgeschnitten ist, dahin, so, dass du quasi langsam vor Klippe ankommst. Checkst du, dass du so nach innen... Aber wie soll ich da... Wo soll ich gegen? Geh einfach mittig. So, man. Ja, weiß ich nicht, aber... Jetzt langsam. Ein oder so. Ein, ja? Mhm. Wow. Oh, ja, ich hab gechokt. Ich hab die Runde... Okay, es sollte reichen, es sollte reichen. Es reicht. Ja, ja. Oh, stark. GG's, GG's. Back to back, die Mauts abgezogen. Easy. All right, hier ist der Clip, hier ist der Clip. Drei, zwei, drei, zwei, eins, go! Ja, in die Mitte. Hast du Discord-Sounds an? Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh! Ey, ich bin hier in irgendeiner Rolle, Alter. All right, wollt ihr noch eine Runde? Oder seid ihr raus? Ich glaub, bei mir ist Feierabend. Jetzt wollt ihr einfach rein? Oh mein Gott, ich bin durch die Weide durch! Ja, ne, jetzt macht das Ding von alleine, freihändig. Oh, what the fuck? Holy shit, da sind zwei Löcher, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hab ich? Ey, Jungs, ihr wisst nicht, was ich gerade gemacht hab. Bitte Clip das, ich hab den krassesten Shot der Elbe. Was? Drei aus zehn, Mats. Bro, du bist, guck mal, das Ding ist, du bist jemand, du gönnst einem nicht die Dreck unter den Fingernägel. Also ich glaub, dass die Map, ich glaub, dass die Map darauf ausgelegt ist, dass man, wenn man da... Ja, ja, das Drei aus zehn, hey, Bro, hat mir geteilt. Okay, selbst, selbst du, Bastian, selbst du, Bastian, boah, okay. Bro, ja, wollen wir noch eine Runde spielen? Ich hätte Bock auf noch eine. Ich bin raus, Feierabend. Ja, komm, dann scheiß drauf. Verdammt nochmal. Männer, es war mir ein Fest. Einfach Dürb uns auf den Armen, super. Man, ich hab schon zugemacht. Nee, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War cool, war spontan, ein bisschen golfen. Hätte ein paar letzte coole Worte zu dem Clip noch cool gefunden, aber man kann nicht alles haben, ne? Eins nach dem anderen, oder? So, wenn ja, es war miteinander, war, Basti? Na ja, klar, doch. Ich hoffe ja nicht das letzte Mal, klar. Na ja, klar, jetzt weißt du auf die Scheiße. Ey, Männer, ne? Ich jag mir jetzt noch zwei Bierchen rein, dann geh ich pennen. Ja. Oh, es ist noch eine Platte, Crack. Nein, in dem Sinne, Männer, ich wünsche euch mal was. Hasta luego. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.